Moin aus Berlin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 hier mit der Julia in Südhämmern. Wir haben 8.36 Uhr in der Früh. Wir haben die Felder, soweit wie es möglich war, fertig gemacht. Warum ist denn der ausgeklappt? So, weil, Heidi, weil, okay. So, ich kann den sogar, okay. Klapp mal zusammen das Ding, genau. Ich brauche noch ein Gewicht für das Ding, wissen wir. So, genau, was wollten wir auf den Feldern machen? Bevor wir da Kalk und Dünger ausbringen, was wir jetzt durchaus im November noch machen können, werden wir da nochmal Geld ausgeben und Bodenproben ziehen. Ich habe übrigens... Warum hat der eigentlich JS und nicht JH? Die müssten doch eigentlich alle JH haben, oder? Wir hatten ganz anderen, weil wir den nicht selber gekauft haben. Oh, umkonfigurieren hier. So geht das ja nicht. Was hat denn der hier für ein Kennzeichen? Die haben alle JS. Warum haben die alle JS und nicht JH? Das S liegt nicht mal neben dem H. Das müssen wir umkonfigurieren. Das gefällt mir so nicht. Aber okay, das machen wir dann später. Das machen wir im Winter, da haben wir ja nichts anderes zu tun. Wenn sie jetzt Julia Seidel heißen würde, dann würde das passen. So, was machen wir? Wir machen folgendes. Wir ziehen erstmal Bodenproben. Und da unten am grünen Kreis sehen wir, wo wir sind. Also auf diesem Feld werden wir weniger brauchen. Aber dann können wir auf jeden Fall mal effizient düngen und so weiter. Als nächstes packen wir Kalk drauf. Und dann Dünger. Wenn wir es dann auch schaffen in diesem Jahr, dann werden wir noch pflügen. Weil wir haben den Winter ja drin, ne? So ist das ja nicht. Ah, es ist schnell gemacht hier. Das Kalken auch ist ein relativ kleines Feld. Vielleicht sollten wir irgendwo nochmal irgendeine Wiese oder sowas dazu kaufen, dass wir dann, wenn wir Tiere haben, auch Dings machen können. Ja, das ist jetzt ein bisschen unglücklich hier. Aber okay, was soll's. Es nutzt ja nichts. Wir machen das also schon flächendeckend hier, ne? Das andere hätten kleinere Bodenproben sein können. So effizient wie möglich. Aber ich will schon das komplette Feld abdecken. Okay. Passt dann schon. So, wo kann's sagen, wer ist da denn mit unserem Traktor unterwegs? Aber... Es ist ein Motorbootfahrer. Motorbootfahrer, so. So, dann haben wir hier das erste fertig. Wir lassen das Ding auch gleich eingeklappt. So, jetzt gehen die Proben weg. Wird nun an ein Labor gesendet. Ja, mach mal. 34.000. Woher haben wir so viel Geld? Hattnen wir nicht weniger eben? Ich hab eben... Ich hab absolut jetzt nicht drauf geachtet. So, eben zum anderen Feld rüber. Machen wir das auch noch? Dann haben wir alle Felder fertig. Ich denke mal, das werden wir auch regelmäßig wohl oder übel machen müssen. Und wo hängt der jetzt? Hä, wo hängt der denn jetzt fest? Ding ist doch hoch genug eigentlich. Hier sind Buckel in der Straße. Merkt ihr das? So, also hier wird es einige Proben mehr brauchen, würde ich sagen. Aber dann kann man auf jeden Fall dann effizient arbeiten. Ich fahr jetzt mal so weit rein, dass wir... So, und jetzt können wir... Mal so ein bisschen... Bis an den Rand fahren. Warum wird denn die erste da vorne jetzt weiß angezeigt? Was soll denn der schmarrn? Die hat's fehlgeschlagen, oder was? Die hat's fehlgeschlagen, oder was? Ein bisschen blöd. Wenn die Felder ein bisschen größer wären, dann wäre das einen Tacken effizienter, würde ich sagen. Ich bin einfach zu blöd. Aber gut, es ist egal. Es macht nichts. So teuer sind die Proben jetzt nicht. Habe ich eben aus Versehen die Z-Taste gedrückt vielleicht? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, wir müssen da vorne nochmal eine Probe nehmen. Das hat irgendwie nicht funktioniert. Oder ich bin irgendwie zu früh losgefahren. Also ich habe keine Ahnung, warum diese Bodenprobe hier jetzt schiefgelaufen ist. Die nehmen wir dann gleich nochmal. Ich mache erst mal die hier. Kriegen wir die in eine. Das wäre natürlich nice, ne? Das Stückchen hier in eine passen würde. Das tut es auch. Cool. Mal gleich da vorne die Ecke noch. Da ist doch... Ey, da ist doch gleich noch ein Stück über. Warum ist das jetzt übrig geblieben? Ach nee, da ist die 7. Ich wollte gerade sagen, da ist ein Stück über geblieben. Nein, nein, das ist die... Das ist die Zahl. Die Feldnummer. So. Dann können wir jetzt... Ach, ich hatte das Gewicht eben unten. Deswegen habe ich gestottert. Naja, das muss einem auch Sachen... Wann hört das eigentlich mal auf zu regnen? Ich hatte eben so das Gefühl, es wird schon viel heller. So müssen wir eben schauen. Ich habe ein grünes Gewicht. Verstehe sowieso nicht, warum der MF kein... kein Gewicht da hat. So, das ist der Drescher. Wo liegt das Zeug denn überhaupt? Hm? Wird hier denn abgelegt? Vielleicht mal gucken, wo das Zeug liegt. Hier vorne wahrscheinlich. Genau, hier liegt nur das Grüne. Das ist für den Fendt. Der das im Moment auch nicht vorhat. Wir bräuchten das dann später für den MF oder so. Aber hier ist ganz gut. Hier könnte man später tatsächlich so... Na gut, das steht draußen. Aber das ist auch nur Zierde, gell? Holzer Südhämmern, 400, 500. Okay, wir haben sogar Saatgut. Na, guck mal einer an. Ähm... Was wollte ich denn jetzt machen? Ich hänge den mal ab. Dann hole ich mir von vorne das Gewicht dran. Ist das überhaupt ein Glas... äh, ein Fendt-Gewicht? Aber warum hier überall JS ist, das ist mir echt schleierhaft, ne? Eigentlich viel zu helfen. So, jetzt holen wir uns den Kalker. Als erstes. Wenn wir da richtig rumranfahren, dann funktioniert es auch. Schön über die Kante. Jawohl, gut für die Reifen. Wo gehört denn dieses Gewicht hin mit der ekligen Farbe, ey? Das ist ja nicht mal eine kleine Glasfarbe. Oder doch? Nee. Hier, da... Nee, zu dem, oder was? Ich glaube, ich bin eine zu früh abgebogen. Aber egal. Das kriegen wir hin. So. Hier rum. Gemulcht haben wir. Werden wir... Kalken. Genau. Soviel zum Thema, die halten an, ey. Scheiß tun die. Halt mal, das war halt anders. Okay. Muss ich den absenken? Nee, muss ich nicht. Könnten wir Dünger auch sogar streuen. Wir machen jetzt erstmal Kalk drauf. Kalk. Dünger. Und dann... Na. Alter. Ist es denn wahr? Aber diese scheiß Tandent-Ambhänger, die fahren sowieso immer dahin, wo sie hinfahren wollen und nicht, wo sie sollen, ne? Dadurch, dass du hier keinen Lenkwiderstand hast, macht es das Ganze nochmal unerträglicher grundsätzlich. So, jetzt ist hier der Baum im Weg, wetten? Ach, sag ich doch. Aber... Kriegen wir das hin? Nochmal gegen den Baum, nee. So. Einfach mal irgendwie drüber, Hauptsache es ist drauf. Es kommt hier nicht auf Schönheit an. Und, ja. Ich bin gespannt, wie der Feldwert dann nachher aussieht. Wir machen erstmal beide Felder fertig. Und zum Pflügen haben wir, glaube ich, den Großen. Richtig? Ist das sowieso schnell gemacht, würde ich jetzt mal behaupten. Es ginge vielleicht auch ein kleiner Grubber, wenn man denn die Meldung bekommen würde, von wegen, dass der als Flug arbeitet. Und das haben wir bei diesem großen Bettner, oder Brettner, wie der heißt. Da haben wir das. So. Nicht schön, aber selten. So schlecht sind die Feldwerte hier gar nicht. Guck euch das mal an. Wir haben hier untergegrubbert. Hier kommen wir jetzt auf den grünen Bereich. Da war schon, wo schon Kalk ist, macht da keinen mehr hin. Sehr praktisch. Mal sehen, ob es hier irgendwo eine Kalkproduktion gibt, oder ob wir selber Kalk produzieren können. So was, das ein oder andere müssen wir ja noch machen, das nutzt ja nichts. Weiß, dass man so seine Felder nicht macht. Die Julia macht das so. Aber die Traktoren-Kennzeichen, das muss ich noch ändern, das geht so nicht. Da muss JH stehen. Und nicht JS. Oder... Das steht für Julia Südhämmern. Kann man es auch so lassen. Kann man auch machen. Ich muss mal sehen, bei den neuen Traktoren drauf achten. Guck mal, hier braucht er jetzt gar nichts mehr drauf. Hat er aber offensichtlich irgendwie erwischt. Nur er zeigt es hier in der Textur nicht an. Das Feld da drüben ist auch schon fertig, ne? Ich glaube, wenn ich vernünftige Linien fahren würde, wäre ich längst fertig. Aber so schlecht sieht es echt nicht aus. Nur zum Ansehen werden wir in diesem Jahr nicht mehr kommen. Das heißt, wir haben im nächsten Jahr dann drei Rapsfelder, die wir abernten können. Dann machen wir die alle mehr oder weniger zeitgleich fertig. Ich habe hier ein Zeitlimit eingestellt von 0,5. Das heißt, eine werden wir wieder schön in der Folge machen. Und den Rest. Wir wollen uns ja nicht immer das Gleiche angucken, gell? Vielleicht werde ich dann irgendwie eine Wiese kaufen oder so. Dann müssen wir mal sehen, dass wir sowieso... Wir müssen ja an Kohle kommen, das hilft ja alle mischt. Aber ich will eigentlich zum ersten Mal wirklich probieren. Ich meine, wir haben schon Kredite und so weiter aufgenommen. Übrigens, der 50.000 Euro Kredit, den ich hatte, der ist wieder abbezahlt schon. Deswegen haben wir hier auch nur noch 32.000 auf dem Konto. Wir müssen gleich mal beim Headler gucken, ob da noch Kalk rumsteht oder was das für ein Zeugs ist. Aber ich glaube schon, ne? Mal noch Kalk auffüllen, wieder. Lass die Säcke da auch mal verschwinden. Ja, Unkraut oder dergleichen, das müssen wir dann in diesem Jahr nicht mehr machen, würde ich sagen. Weil wir ja auch hier auf diesen beiden Feldern nicht mehr ansäen können. Ah, passt das? Aber gerade so, du. Aber gerade so. So, wo ist unser Händler? Da ist der Händler. Das müsste eigentlich noch Kalk sein, was da rumliegt. Pass auf. Ähm... Ähm... Konfigurieren. Der... Gar keine Nummer im Schild. Der hat keine Ahnung, was das da sein soll. Escape. Das sowieso nicht. Konfigurieren. Aber 22, oder? Für das Jahr 2022. So, okay. Ja, möchte ich. So, jetzt haben wir hier ein Fend. Ähm... Warum ist das Gewicht so komisch? Aber egal, pass auf. Ähm... Hat er das echt... abgeschmissen? Oh, das ist nämlich auch noch ein Fendt-Grün. Konfigurieren, wie schwer ist denn das Ding überhaupt? 2,3 Tonnen. Okay, Hauptfarbe. Deutzfahrt. Das ist für den Deutz. So, dann würde ich sagen, kaufen wir aber noch eins. Ach nee, lassen wir. Machen wir später, wenn wir den Deutz dann hier haben. So, wir haben es doch getan. Passt's auch. Oh, Kalk. Wo ist Kalk? Warum liegen diese Säcke hier so unqualifiziert rum? So, Kalk rein. Der Klump hat hier mal wegkommt. Wie war das? Dieses Deckending da funktioniert nur bei Sonnenlicht, ne? Das Deckending, genau. Die Dach-Scanner. Pass auf, jetzt machen wir mal Mucki-Arme hier. Jetzt ist es gar nicht an. Genau. Du kannst nämlich folgendes machen. Entweder natürlich. Du kannst nämlich diese Säcke auch wunderbar oben reinschmeißen. Die leeren sich nämlich von alleine. Sind dann irgendwann verschwunden. So, das ist jetzt sonst was für ein Zeugs. Okay. Genau, jetzt ist er nämlich voll, säße. Verschwinden nämlich von allein. Der steckt jetzt noch da drin, aber es ist egal. Die nehmen wir jetzt mal so mit. Wenn der jetzt hier 98% voll ist, dann wird der nämlich gleich noch auch verschwinden, sobald wir genug Kalk rausgepumpt haben. Habe ich mal entdeckt. Tolle, grandiose Entdeckung. Du kannst nämlich im Zweifel den Wagen da oben nämlich echt voll stopfen. Weil der jetzt etwas scheiße liegt wahrscheinlich, oder? Da war ich so schön an den Feldrand gefahren. Dann so war es. Ne, habe ich nämlich schon mal ausprobiert. Und irgendwann war dieser komische Beutel da oben nämlich dann verschwunden. Mal auf die Luke. Mal. Wir können den jetzt direkt auffüllen während der Fahrt. Kluck, weg ist er, säße. Jetzt können wir das Ding nämlich zumachen. Ja, ich weiß, man sollte am Feldrandende das Ding abschalten, aber... Mein Gott. Mein Gott. Wollte gerade sagen, wir sind gut dabei, aber wir haben da tatsächlich jetzt für die Bearbeitung dieser beiden Felder, also ich sag jetzt mal abscannen und düngen und so weiter... Na ja, schon wieder eine halbe Stunde verbraten, ne? So ist es wenigstens ein bisschen überlappend. Dank Precision Farming verbraucht er ja auch nicht mehr zu viel. Stickstoffgrenzwert ändern, okay? Ja, fangen wir im nächsten Jahr nochmal mit Kalk drüber. Ja. Das geht doch fix hier. Ja, mit dem Dünger, das ist gleich auch harmlos. Ja. Dann haben wir die Felder zumindest schon mal bis nächstes Jahr vorbereitet. Ich wüsste jetzt auch nicht, was wir da drauf packen. Wir können natürlich gleich mal im Ansatzplan gucken, aber ich glaube mal im November noch was ansehen, das wird nicht mehr, wa? Ja. Die fahren auch bei Wind und Wetter. Komisch nur, dass auf den Booten keiner drauf ist. Ach, ja. Regen, Regen, Regen. So, die letzte Spur auch noch hin. Saatgut, da muss ich da mal so einen Plattenwagen holen oder einen LKW. So. So, Dölle, zusammenklappen. Müssen später alle gewaschen werden. Da sehen wir, wie war das dann aufteilen, in welche Hallen wir was packen. Ich befürchte, ich muss es eh suchen. So, den hängen wir ab. Genau. Gucken wir jetzt, wo der Düngerstreuer ist. Wo habe ich schon den hier geparkt? Da hängt da vielleicht sogar noch ein Traktor vor. Ich habe ihn nie gelassen. Da steht er. Und es ist ein Traktor vor. Das ist cool. Oh, scheiße. Das sollte so nicht sein. Okay. Aber ich kann das da schon mal auseinanderklappen. und kann das einschalten. Weiß gar nicht, ob das jetzt hier überhaupt benötigt wird. Das hat auch gleich ausgeklappt. Ganz ehrlich, ich düse da gleich so gerade rüber. und einschalten den Düngerstreuer. So. Und das ist nämlich auch fertig. Dann kann geflügt werden. Alter, hier ist ja gar nichts drauf an Stickstoff, ey. Dann müssen wir eigentlich uns noch einen kleinen Traktor besorgen mit Pflegebereifung. der uns, mit dem wir dann auf die anderen Felder kommen. Weil ich, wenn ich mal gerade drüben gucke, ist da ja auch nicht weit hergeholt, ne? Mit Düngemitteln und so. Von daher ist grundsätzlich schon diese Idee mit den Fahrgassen gar nicht das Übelste, ne? Das ist ja gar nicht so. Ob er die gleich noch wegnimmt? Ob er das abschaltet? Können wir hier weiterfahren? Der Regen lässt anscheinend nach. Wir haben jetzt wieder Sonne. Zumindest als Symbol. Ich will echt gucken, was wir als... als Flug da haben. Ich glaube, wir haben nur diesen blöden Grubber, oder? Okay. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Leisten werden wir uns den im Augenblick nicht können. So, jetzt schauen wir mal. Okay. Das war jetzt so gar nicht geplant. Mal sehen, ob ich zu dem Feld komme. Ohne, dass wir mit der KI in die Quere kommen. Ich habe keinen Bock, das gerade zusammenzufalten. bleibt wo ihr... Alter, wo ist der denn gegengehunzt? War klar. Ach, Mann, ey. Wenn mal einmal was klappen soll, weißt du? Vielleicht kommt nämlich so ein blöder... Ach, Mann, was ist das denn hier? Vielleicht kommt nämlich so ein blöder Kaila von vorne. Und dann haben wir das Drama. So, ich will, dass du da durchpasst. Danke. Es hat ja funktioniert. Super. So. Alt und B und B. Ich weiß gar nicht, was da drüben in den Säcken steht. Ist das Dünger? Dann können wir ihn auch gleich mitnehmen. Dann können wir das auch mitnehmen. noch pflügen. Ja, wie im realen Leben. Es ist draußen kalt. Aber hier... Ja, es regnet immer noch. Obwohl da oben schon wieder das Sonnensymbol steht. Also Wetterbericht nimmt es hier auch nicht so genau. Ich bin gespannt, wann... Wann dann der Winter kommt. Ist ganz cool geworden, oder? Wäre immer besser. Okay. Das ist komplett in einem hin. Anscheinend nicht. Na gut. Jetzt da der Abstrahlwinkel doch zu knapp. Ich dachte, wir hätten das jetzt schön in eins durchmachen können, aber naja, was soll's. Die große Biegel müsste das aber auch noch klappen. Hoffe ich. Ah, super. Mit dem weißen Fuddel, da weiß ich nicht, ob der weggeht. Sehen wir jetzt. Das ändert sich nicht mehr, das bleibt farblich, wie es ist. Vorhin war ich ja auch nochmal drüber. Okay. Und den auch zusammenklappen. Und ich meine, das Zeug, was da rumliegt, müsste Dünger sein. Hoffe ich jedenfalls. Okay. Das ist nicht. Steht da eigentlich nirgendwo, was das ist. Ist alles Saatgut oder was ist das? Scheint. Okay. Dann scheint das Saatgut zu sein. Na gut, okay. Egal. Okay. 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 So. Das heißt, wir haben keinen Pflug, wir haben nur den Grubber. Was ist denn hier unter Pflüge angedeutet? Das ist ein Mod. Das Ding würde auch als Pflug arbeiten, aber ich hätte eigentlich gerne den da. Kostet 120.000. Die Frage ist, ob der nicht sogar zu groß ist. Aber fass auf, wir machen voll bis 120.000. Das ist das, was wir jetzt im Moment haben. Wir haben mittelgroße Traktoren. Das ist der MF. Wir gucken mal. 517.000, 313.000, können wir den eigentlich auch verkaufen. Verkaufen. So, dann haben wir hier jetzt noch den großen. Wir haben zwei mittelgroße. Kann ich den hier drüber konfigurieren? Nee, kann ich nicht. Und wir haben hier unseren Lütenhützscher Fee. So, das bedeutet, wir können Grubber, den können wir dann eigentlich verkaufen. Verkaufen. Chrom, genau. Blau-Chrom, Lemken-Blau, New Holland, Goldhofer, Birkemann, Fun Buggy Baby-Blau. Das klingt so nach Hirschfeld. Das ist Holz. Was ist denn was für eine Farbe? Original ist er rot. Na komm, nimm mal in rot. Jo. Vielleicht kann man ja trotzdem Grubber kaufen, aber einen größeren. Wisst ihr? Haben wir da noch Geld für? Flügel, Grubber. Wir hatten jetzt diesen Lütten da, ne? Diesen Rabe. 6 Meter hat er nur 15. Lemken. 8,4 Meter. 15,7. Das ist der Original-Grubber. Frage ist, ob wir unbedingt einen brauchen. Weil unsere Sämaschine ja wahrscheinlich auch einen Grubber schon drin hat. Den Mulcher haben wir dann noch. Ich glaube, einen Grubber brauchen wir überhaupt nicht. Und wir da rüberflügen. Anschließend ansäen. Sätechnik. Achso, wir haben das alte Scheißding. Egal, komm. Wir wollen jetzt hier erstmal nicht lange schnacken. Der steht hier. Ist auch ein falsches Kennzeichen. Du kriegst gleich erstmal ein Gewicht, mein Vater. Achso, genau. Du kriegst ein Gewicht. Was hat man da? 2,3 Tonnen bei dem anderen. Fendt Akku. 2300. So. Okay. Und du kriegst. Deutz-Fahr-Grün. Gut. In Zukunft werden dann noch größere kommen. Und auch noch ein Kleintraktor. Wir werden jetzt aber erstmal den Flug holen. Und dann eben das Feld, die beiden Felder flügen. So. 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 Konfigurieren. Den lassen wir aber so. So. M-I-J-H. Was haben wir? 22, wa? Und du brauchst natürlich ein grünes Kennzeichen. Weil landwirtschaftliche Maschine. M-I-J-H. Julian Holzer. Genau. So. Wir hatten den umgedreht. Ach nee, ich bin ja von der Seite aus rein. Oh Gott. Also manchmal ist man so doof, ne? Und kriegst du dein Gewicht? Ja, so passt das. Ich glaube, hier wird's ein bisschen schwierig, oder? Für 53 Minuten, mein lieber Mann, du. Wie die Zeit vergeht. Ich hoffe, es war einigermaßen interessant für euch. Schreibt's mal in die Kommentare. Was ich vielleicht auch beim LS verändern könnte. Verkürzen will ich die Folgen eigentlich nicht. Ich meine, niemand muss sie ganz gucken, aber... Ich bin so ein bisschen der Meinung, man schafft sonst nix, wenn die Folgen so kurz sind. Mann, gib Gas, du Pfeife! Der sieht noch so schön sauber aus. Und die Dinger Collie, nee, kann ich abfahren, ne? Da war ein Speicher-Lag. Dann gehen wir noch ein bisschen... Ein bisschen weiter rüber hier. Aber weißt du was? Dann nehmen wir ein bisschen Geld in die Hand. Zieht ja die Bahn rein, ja. Zwar gerade so, aber... Das heißt, wir würden... Ich hab den Düngerstreuer, das ist der große, richtig? Und den gibt's nicht mit... Den gibt's doch mit Pflegebereifung. Okay, dann würden wir den ändern. Dann brauche ich einen... Einen Großtraktor mit Pflegebereifung werden wir nicht kriegen. Das wird nicht funktionieren. Wahrscheinlich. Hier so ein Xerion mit Pflegebereifung, das haut nicht hin. Den hab ich grad verkauft, gell? Die gehen eh nicht mit Pflegebereifung hier. Glaub ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Nee. Beim Groß wird das nix. Das heißt, wir brauchen hier einen mittelgroßen. Und... 257.000 haben wir auf dem Konto, okay. Okay, was habt ihr denn alles für Möglichkeiten? Das ist ja Wahnsinn. Zwillingspflegebereifung. Sieht geil aus, oder? Ja. 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 Okay. Okay. 250.000 Okay. Egal. Okay. Gut, dann haben wir das. Dann brauchen wir noch ein Gewicht für das Kindchen. Ja. Wie gewonnen so zerronnen? Was packen wir denn da vor? Auf jeden Fall ein Glasgewicht schon mal. Das muss sein. So, das größte Glasgewicht, was wir haben, ist das hier. 900 Kilo. 5500. 900. Das wirkt so groß. 1500 ist ein bisschen Fülle, wahr? Komm her. So, wir haben so viel ausgegeben. Ja, wenn was wächst, dann Unkraut. Was, das ist immer schnell da, du. Ja, ist das Feld doch fürs nächste Jahr super vorbereitet. Das ist ein breites Vorgewände, du. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, ich mache die Sache noch eben fertig. Wir rennen noch eben hier zum Händler rüber. Ein bisschen schneller. Und haben hier unseren Glas mit Doppelpflegebereifung. Und können mit dem dann vielleicht mal gucken, ob wir, der sieht so breit aus, ob wir mit dem nochmal Dünger auf das andere Feld ausbringen können. und vor allen Dingen, was am Düngerstreuer überhaupt für Reifen drauf sind. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob das Pflegereifen sind. Würde natürlich Sinn machen. Wobei ich nicht wusste, dass das bei dem Doppelten überhaupt ging. Weil in der Vergangenheit ging es nämlich nicht. Ah, schon war es breit, ne? Aber ich glaube mit Zwillingsreifen. Aber vorne Zwillingsreifen? Noch nie gesehen. Ich glaube mit dem hier müssen wir nochmal los, oder? Hat denn der drauf? Der hat normale Reifen, ey. Wir fahren lieber mal hin. Ich habe keine Ahnung, was der drauf hat. Ich wollte sagen, warum steht das hier eigentlich so? Aber der Traktor fehlt. Den haben wir ja verkauft. Wir machen das jetzt mal eben noch. Mit diesen Pflegereifen können wir dann einfach locker aufs Feld fahren. Ja, genau. Mann, jetzt bleib doch mal stehen, du Pfeife! So viel zum Thema. Die KI hält an. Scheißdreck tun sie. Doof wie ein Eimer Sand, die Bande. Die setzen auch nicht zurück. Da kannst du lange drauf warten. So. Gucken wir uns das mal an. konfigurieren. Genau, Reifenvariante, genau. Pflegerbereifung. Pflegerbereifung. 6 Meter Streueinheit. Treuteller, 6 Meter Streueinheit. Aufbau. Natürlich mit Aufbau. und Wie war das mal mit mit Kennzeichen merken? Ja. Jetzt hat der nämlich auch Pflegerreifen. Und wir können mal gucken. Ey, sag mal. Geht's noch oder was? Wer hat denn hier wohl Vorfall, du Dussel? Ey, ganz ehrlich. Was? Ich musste dich erst wieder als Admin einloggen, um dir es abzuschalten. Mann, 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 Mann. Hat er ja schön hingekriegt. Bleib doch mal stehen, bis ich hier weg bin, du Pfeife. Mein Gott. Kann sowas angehen? Wie kann man sowas programmieren, frage ich mich immer wieder. So, jetzt bin ich gespannt. Alt und B und B und B. Guck mal, ob er hier überhaupt irgendwas macht. Ja, tatsächlich. Guck mal. Das heißt, ich werde diese Felder hier noch düngen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich mach das soweit alles fertig. Und dann schauen wir mal, was beim nächsten Mal passiert. Bis dahin erstmal. Ciao, ciao. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.